Mit der Schurte aufdrücken und ein bisschen unterarten, die Kommandos vom Erfahrenden einbequemen! So langsam zerbröselt der Stern. Die Frage wird sein, kommt der jetzt als Ganzes runter oder wird er Stück für Stück zerlegt? Ingo Pulling, weil ich seiner Ball noch... Der Werk war auf 6 Uhr zu schießen, aber die kommen alle auf 0 für 12! Ja! Er hat sich schon von der Schraube etwas überlässert... Stefan Ruhm, der Karsten Ruhm... Das vordere Stück... Dirk Steging... Das vordere Stück könnte Ingo Pulling... Wer König werden will, muss jetzt schießen! Ingo Pulling! Ingo Pulling, vierte Kompanie! Die Leidenszeit hat ein Ende! Wer war neugönig? Nach einer halben Stunde Ingo Pulling... ...und knapp 40 Minuten... ...aus der vierten Kompanie... Von der raufenden Reifel gibt es... Hallo! Hallo! Hallo!